Herzlich Willkommen zum heutigen Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Bernhard, Weichspüler. Genau. So wie der Weichspüler dasteht, gibt es auch in der deutschen Sprache sogenannte Weichmacher. Das sind Ausdrücke, die verweichlichen. Es hat keine Kraft mehr drin. Die bekanntesten Weichmacher sind eigentlich, generell, quasi, an und für sich. Also da gäbe es auch ganz viel? Viel, es gibt wirklich viel. Was ist denn da dein Tipp? Tue doch heute mal euren Partner oder eurer Partnerin Fragen. Hast du mich noch gerne? Und wenn die Antwort ist, eigentlich schon, dann wisst ihr ganz genau, was ich gemeint habe. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp. Aberthanschau, locker und kurz zu wenig. Aberthans-Tipp. Ich schaue. Schwer mit тем, wie der auch erste? Er ist alles, was wir. Ich schraue. Sie haben hier. Ich bin hier oben. Vielen Dank.